Hallo, wandle folgende gemische Zahlen in einen Bruch um. 2 7 Achtel. Dafür gibt es eine sehr einfache Formel. Wir zeichnen einen großen Bruchstrich und überlegen uns, wie setzen sich Zähler und Nenner zusammen. Der Nenner geht dabei sehr einfach, weil wir nur den Nenner des vorherigen Bruchteils übernehmen müssen. Also, der Nenner bleibt gleich. Der neue Zähler setzt sich hier folgt zusammen. Einmal aus der natürlichen Zahl, die vor dem Bruchteil steht. Also die natürliche Zahl multipliziert mit dem Nenner. Und jetzt addieren wir noch den Zähler hinzu. Also Plus Zähler. Jetzt setzen wir die bekannten Zahlen ein. Wieder der Bruchstrich. Und jetzt die natürliche Zahl, die ist 2. Multipliziert mit dem Nenner. Also mal 8. Und plus den Zähler, also plus 7. Der Nenner bleibt gleich. Also haben wir ja weiterhin die 8 drin. Vereinfachen wir noch einmal 2 mal 8 sind 16 plus 7 sind 23. Und dann erhalte ich einen Bruch 23 Achtel. Das funktioniert für jede gemischte Zahl. Das ist schon und ganz vielceranged. Dann gehen wir da nach drei Monaten an. Weil nur mehr dei Super auf die B such. und Santa Hat hat sich. Das ist alsoエlrukt wird Reträg speciesiert.